Hallo liebe OV-Freunde. Heute sind wir mal bei uns im Kühlraum und ich nehme einfach mal mit und zeige euch mal wie kalt das hier ist und was wir hier alles für schöne Sachen drin haben. Kommt mal mit. Ja, wir sind hier im Kühlraum und Kühlraum sagt der Name ja schon. Wir haben hier plus 2 Grad und wir haben jetzt hier heute Morgen schon ein paar Rouladen gedreht, die wir auch noch rausgehen. Hier ist ein schönes Rostbeef mit ein schönes Entrecot und das werden wir jetzt diese Woche auch noch wegbraten. Und hier im Kühlraum ist immer sehr viel Aktion, sehr viele Sachen. Alles, was im Service läuft, im Party Service, im Restaurant, das wird hier alles gelagert. Und jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit ist natürlich jetzt hier Hochbetrieb in diesem Raum. Hier laufen von allen Seiten, wird reingebracht und wieder rausgebracht, sodass dieser Raum hier wirklich permanent von allen möglichen Leuten begangen wird. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit. Das heißt, sagt man immer so einfach besinnliche Weihnachtszeit. Ich meine das aber wirklich. Nehmt euch einfach mal bewusst zurück. Nehmt nicht jeden Adventsmarkt mit, sondern jeden zweiten vielleicht mal und gönnt euch mal ein bisschen Auszeit, ein bisschen Ruhe und kommt mal zur Besinnung. Und dann wünsche ich euch, dann wird das Weihnachtsfest garantiert viel, viel schöner und das wünsche ich euch. Man sieht sich.